Wenn du nicht schlafen kannst, brauchst du Magnesium. Hä? Okay, ist machbar. Isst eine Avocado. Wenn du wenig Energie hast, brauchst du Eisen. Isst ein paar Rosinen. Okay, energielos, gleich Eisenmangel, gleich mehr Rosinen essen oder sonst ein paar andere eisenreiche Lebensmittel. Wenn du dich schwach fühlst, brauchst du Zink. Ja, Zinkmangel kann was mit sich schwach fühlen zu tun haben. Isst eine Mango. Wenn du morgens müde aufwachst, brauchst du Kalium. Ja, also morgens wache ich auch sehr oft müde auf. Könnte also am Kaliummangel liegen. Interessant. Trinke etwas Kokoswasser. Wenn du Kopfschmerzen hast, brauchst du Natrium. Trinke etwas Wasser mit Meersalz. Und wenn du traurig bist, brauchst du Vitamin D. Hol dir etwas Sonnenlicht. Es gibt Lösungen für jedes Problem in deinem Körper. Jo, also so einfach ist das also. Coole Sache. Erzähl ich ab morgen all meinen Kollegen. Die werden sich mega freuen und ihr könnt endlich den ganzen Tag Golf spielen gehen.